Lege oder setze dich bequem hin. Komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme nun dreimal tief in den Bauch ein und aus. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Konzentriere dich dabei aufs Ein- und Ausatmen. So nutzt du den Atem, um deine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Sollten Gedanken kommen, lasse sie wie Wolken vorbeiziehen. Halte nicht an ihnen fest. Erlaube dir, bei jeder Ausatmung alles loszulassen, was dich beschäftigt. Gib nach außen ab, was du nicht mehr brauchst. Lass uns jetzt eine Minute gemeinsam atmen. Konzentriere dich dabei nur aufs Ein- und Ausatmen. Lass die Gedanken vorbeiziehen. Nutze deinen Atem, um dich zu entspannen. Ein- und Ausatmen. 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 Atme in dein Herz hinein, spüre die große Liebe und das Mitgefühl deines Herzens. Lasse diese Wärme nun durch deinen ganzen Körper fließen. Die Wärme deines Herzens fließt in deine Arme, fließt in deinen Hals, deinen Nacken, fließt in deinen Kopf, die Wärme deines Herzens fließt in deinen Rücken und in deinen Bauch, sie fließt in deine Hüften und die Wärme breitet sich auch in deinen Oberschenkeln, Unterschenkeln und Füßen aus. Verbinde dich wieder ganz bewusst mit deinem Atem. Und dann betrachte dich von außen. Sieh, wie du da liegst oder sitzt, die Augen geschlossen. Betrachte dich mit den Augen eines Menschen, der dich über alles liebt. Sieh dich an, ohne jeden Vorwurf, ohne Abwertung. Empfinde Mitgefühl mit dir selbst. Und dann umarme dich selbst liebevoll. Halte dich. Genieße diesen Moment. Lass los. Sende dir selbst die Liebe und das Mitgefühl, das du empfindest. Genieße die Verbundenheit. Bewege deine Füße und deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Komm zurück in den Raum, in dem du dich befindest. Atme noch einmal tief ein und aus. Öffne deine Augen und spüre der positiven Energie nach. Genieße für einen Moment noch die Entspannung und kehre dann in deinen Alltag zurück. Bewege deine Janet. Jan. coincide. Vielen Dank.